Musik So heute sind wir bei Lektion 6 in der Messias-Messiarin-Serie. Und hier geht es um dein Power. In Lektion 5 haben wir gesehen, wo deine Herzkraft zu befreien ist. Und ich hoffe, dass du sehr viel dabei gefühlt hast. Also das nächste Ding, was du Wissen brauchst, ist, wo die erforderliche Power zu finden ist, damit du tust, was du wirklich willst. So, dein Power-Zentrum ist hier. So, du nimmst deine Hand, egal welche, links oder rechts, du legst es auf deinen Bauch, damit die Wurzel deiner Zeigefinger direkt unterhalb deiner Bauchnabel ist. Und dann direkt unterhalb der Wurzel deiner kleinen Finger, in der Mitte deines Körpers, ist dein Kraftzentrum. Sanskrit heißt es Hara. Und es ist auch ein großes Nervenzentrum. Das Erste, was ich dich bitten möchte, zu tun, ist einfach, in deine Vorstellung, in dein Gefühl, in dieses kleine Zentrum hineinzugehen. So ist es ungefähr so groß, wie eine große Weinschraube. Oder vielleicht ein bisschen kleiner, wenn dein Körper etwas kleiner ist. Und da ein bisschen lasiere, dass es eine orange Kugelfeuer gibt. Freundlich Feuer, nicht aggressiv. Freundliches, wärmendes Feuer. Orange. Wie eine Aposine. Und lass deinen ganzen Bauchraum auffüllen. Das ist die erste Stufe. Nach einer Weile, nicht unbedingt am gleichen Tag, aber wenn du meinst, dass du es schaffst, dann versuch es. Nimm die Energie noch eine Stufe hoch. Anstatt orange, oder besser gesagt, lass diese Orange umwandeln in Energie wie eine kleine Sonne. Weißgold. Lass dies auch dann deinen Bauchraum auffüllen. Und dann nehmen wir noch eine Stufe höher. Und lass diese weißgolde Energie sich immer weiter ausbreiten, bis es deinen ganzen Körper umhüllt. Keine Sorge, die Quelle dieser Energie ist unendlich. Es kann nie einen Mangel davon geben. Lass es deins sein. Nun, über das zu tun, zu fühlen, vielleicht anfangen, diese Energie zu richten, um Dinge zu erreichen, die du erreichen willst. Experimentiere. Schau, was du willst. Ich kann nichts vorschreiben, weil ich bin nicht du. Du bist für dein Leben verantwortlich. Du machst all die Entscheidungen. Ich kann nur ein paar Dinge zeigen. Eins sehr wichtig aber. Versuche niemals, diese Energie zu benutzen, jemand anderes zu erzwingen, etwas zu tun, was du willst. Nur weil du es willst. Dies wird dich mächtig zurückschlagen. Aber heftig, viel heftiger, als du mir vorstellen kannst. Einfach tue es nicht. Das ist kein Befehl, weil ich habe keine Möglichkeit, etwas über dir zu bestimmen. Aber es ist eine sehr, sehr heiße Empfehlung. Tu es nicht, sondern benutze diese Energie, um das, was du willst, zu erreichen. Dadurch, durch natürliche Resonanz, wirst du Menschen anziehen, mit denen du glücklich bist. Und das ist sowieso das, was du erreichen willst, oder? So, über ein Weilchen damit. Und dann machen wir einige interessante Dinge in Lektion 7. Laut Neutronischer Physik unmöglich, aber wir werden sie trotzdem tun. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Namaste. -ă-